Darüber, denn, ähm, wir müssen ja unser, wir müssen ja quasi unser Farmer glücklich machen, dass er da neue Pflanzen für uns farmen kann und produzieren kann. Ich muss sagen, ich bin ganz schön mutig, ne, ich hab so ein bisschen Angst, dass ich... Oh Gott, von wo kamen wir denn? Ich wollte gerade sagen, ich hab so ein bisschen Angst und die befürchtet, dass wir nie wieder aus der Höhle finden werden. Und nein, ich werd mich nie nach oben graben. Das mach ich nicht. So, hier leuchtet auch noch irgendwas. Hier ist da auch irgendwo einer, oder? Jetzt ist nicht irgendwo einer hier versteckt. Warte mal, der ist bestimmt... Da ist er, da, 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 da. Ich hab's gewusst. Die verstecken sich manchmal so in Steine. So. Mhm, da haben wir das auch. Was leuchtet hier so blau? Was ist das hier? Leuchtet einfach blau. Okay. Ich frag mich, ob das Höhlen-System auch irgendwann ändert. Ob wir hier... Ob irgendwann mal... Aua. Hier hat grad der Kopf. Mhm. Mhm. So, das kann man mit. Ah ja, okay. Gerade noch von gesprochen, da ist schon der Ausgang. Ich sag ja, das Spiel trollt mich momentan. Ich weiß nicht warum. Und wir kriegen noch mehr von dem exotischen Gewürz. Das ist natürlich super. Sehr schön. Da ist auch noch was. Da muss auch noch irgendwas sein. Da leuchtet auch noch gelb. Und es ist ein Sturm draußen. Das trifft sich natürlich. Und unser Freund ist auch schon wieder da. Warte mal eben. Soll er uns ruhig mal scannen. Da hat er wenigstens... Hat er wenigstens eine Lebensaufgabe. Mein Leben hat endlich einen Sinn. So. Die Sachen nehme ich alle mit. Da kannst du mich nicht dran aufhalten, Kollege. So. Eieieieieieieiei. Wo sind wir denn hier? Da gibt's auch noch was zu sammeln. Ich schau mal im Inventar. Wie viel haben wir denn davon? Okay. 500. Ja. 687 haben wir davon schon. Die sogar mehr. Da oben haben wir auch nochmal. 250 voll sich gerade. Uh. Wir haben schon eh eine Menge gesammelt. Aber die Sachen sind so rar. Oder zumindest. Was bei uns am Planeten angeht. Ich hab bei uns gar nicht geguckt. Ob bei uns auch so leuchtende Sachen gibt. Wie weit ist denn unser... Wo ist denn eigentlich unser... Wo ist denn... Wo ist unser Schiff? Äh. Wo ist unser... Ach da. Eine Minute 13. Das geht ja noch. Ich hab jetzt echt gedacht, wir sind schon weiter weg. Aber gut. Wahrscheinlich bin ich nur... ...straight gerade ausgegangen. Ich frage mich, wie wir zum Schiff kommen werden. So. Neh mal mit. Neh mal mit. Neh mal mit. Also hier ist ja echt reichhaltig, was das angeht. Das Problem ist, die Sachen können wir nicht mit der Granate abbauen. Weil ich hab ja, äh, letzten Sonntag, wo wir gespielt haben, hab ich ja alles immer mit der Granate abgefarmt. Also hier so, so Eisen und solche Sachen. Aber hier diese Sachen kann man nicht mit der Granate, ähm, weil dann gehen die kaputt. Und dann war's das mal mit den Sachen. So, hier ist auch noch irgendwas am Stehen. Da. Da auch noch. So ein bisschen nehmen wir noch mit und dann gehen wir gleich zurück zum Schiff. Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird doch nicht gebrochen. Boah, ich hasse dieses Spruch. Ich mein, jetzt was Wahres dran, aber, äh, ah, hier. Äh, aber, wie hab ich so heute gehört? Auch damals von falschen Freunden. Boah, falsche Freunde kennt wahrscheinlich jeder, oder? Weil du so Freunde hast, die dir immer so erzählen, ja, ja, du kannst immer auf mich zählen. Ich bin immer für dich da, wenn was ist. Dann rufst du sie an zum Umzug. Ja, du, boah. Boah, heute ist ganz schlecht, du. Boah. Hm, weißt du, wir wissen schon monatelang, wochenlang, monatelang vorher, dass du umziehst. Und weißt ganz genau, ah, ungefähr, ungefähr, das muss zu dem Zeitpunkt sein. Genau an dem Zeitpunkt, keine Ahnung, haben sie, äh, was weiß ich, ein Zahnarztermin, der bis 2 Uhr geht oder so. Nachts wahrscheinlich. Ne, oder, oder den fällt ein, oh, boah, nee, heute ist ganz schlecht, ich muss einkaufen. Oder, boah, nee, ich hab heute ein Date, genau an dem Tag. Aber, ja, du kannst mich ruhig anrufen, bin immer da für dich. Mhm. Ich glaub, solche Freunde kenn ich wieder, das ist so, ja. Oder Freunde, die, oder Freunde, falsche Freunde, die Versprechungen machen, gibt's auch genug. Da ist, äh, ja, die kennt wahrscheinlich auch jeder. Ja, die irgendwie sagen, ja, ich bin dann und dann da und, und so. Ja, das ist, uh, hallo, ganz furchtbar, hier war auch noch was. Boah, sowas kann ich gar nicht leiden. Von, was ich nicht, was ich nicht leiden kann, ich bin ein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch. Ich mag Unpünktlichkeit nicht. Also, ich bin nicht einer, der zum Beispiel auch morgens zur Arbeit, äh, auf dem Letzdrücker fährt. Boah, das kann ich nicht. Weil ich muss gemütlich, ich mag Gemütlichkeit, ich mag Ruhe. Und ich kann halt nicht haben, wenn er dann so unter Stress schon zur Arbeit fährt. Boah, das ist so, mein Stress, das geht schon auf der Arbeit. Warum soll ich dann auf der Hinfahrt schon mit Stress machen, ne? Und, ähm, ich bin halt so ein gemütlicher, uh, so ein gemütlicher Mensch. Und ich liebe Pünktlichkeit. Ne, also jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, Ah, du musst morgens um 8 Uhr stramm stehen. Das nicht, aber halt, ne, ich bin halt immer gerne, Irgendwo zu spät. Sagen wir mal so. Na? Also, auf mich kann man auch wirklich sich, äh, sagen wir mal, Ja, ich möchte nicht große Töne spüren, aber, ich sag mal, zu 95% kann man sich schon drauf verlassen. Wenn ich sag, ich bin, keine Ahnung, um, sagen wir mal, 8 Uhr irgendwo da, dann bin ich auch um 8 Uhr da. Siehst du, hier leuchtet es doch, gell? Wo ist denn das Ding denn? Hallo? Ah, ich hab's, glaub ich. Ja, ich hab's. Ich bekomme immer Bauchweh, wenn ich merke, ich komme zu spät, bin auch lieber 10 Minuten zu früh, als, äh, 1 Minute zu spät. Ja, das ist genau, das, so geht's mir auch. Lieber zu früh, als zu spät, als gar nicht, sag ich immer. Hab ich früher immer so als, als Sprichwort genutzt. Auch wie ich, wie ich kleiner war, auch in der Schule. Lieber zu früh, als zu spät, als gar nicht. Genau. Boah, ich kann das, ich kann das nicht leiden, wenn du wirklich, damals auch, wie ich, wie so Bewerbungsgespräche hatte. Weißt du, ich war eigentlich immer einer, so der, der Ersten. Und dann, boah. Und wenn du dann so ein Versammlungsgespräch hattest, ne, und dann trudeln da welche wirklich auf dem letzten Drücker ein, so, eine Minute nach, oder, oder drei Minuten nach, oder sogar zehn Minuten nach. Weißt du, sitzt da schon in so einem Versammlungsraum, hast du vielleicht so einen, so einen Einstellungstest, bist du schon vielleicht, der Typ hat schon die Zettel verteilt, für den Einstellungstest, und da kommen immer noch 20 Leute angetrudelt. Hab ich kein Verständnis für. Wenn dann schon die Firma direkt zattelt, ja, solche Leute brauchen wir nicht. Als Beispiel. Also, das ist so, da hab ich auch kein Verständnis, weil auf solche Leute kannst du dich dann auch gar nicht verlassen. Ich mein, klar, es kann immer was dazwischen kommen, ne, ist ja keiner von frei gesprochen, bin ich ja auch nicht, ne. Kein Mensch ist, kein Mensch ist perfekt. Es kann immer was sein, auch verkehrmäßig oder sonst irgendwas, ne. Aber, ich sag mal, A und O ist Pünktlichkeit. Meiner Meinung nach. Sollte man eigentlich, sollte man drin haben, ne. Und, äh, ja. Ich kann das auch nicht haben, wenn man dann irgendwie, ich sag mal, zum Essen eingeladen ist. So, sagen wir mal, du bist zum Essen eingeladen, irgendwie so, weiß ich nicht, mit Frau, mit Freundin, keine Ahnung. Hast einen Tisch bestellt für zwei. Also für zwei Uhr. Und, äh, sagst du, dass du deine Frau oder deine Freundin hast. Ja, ich hab's, ne, so. Du weißt. Zwei Uhr. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Wann kommst du an? Halb drei. Äh, ja. Und, boah, das kann ich gar nicht. Weil dann komm ich schon im Restaurant rein und, und, äh, hab schon so im Kopf, denkst du, boah, muss der jetzt denken von uns? Äh, warum wir so spät kommen. Obwohl der Tisch für zwei Uhr gebietet ist. Na, also, so, ja. Pünktlichkeit ist A und O. Ja, genau. Vor allem, wenn die schon bei einem Bewerbungsgespräch zu spät kommen. Beim, was? Bei mir? Kein Job. Weil da kommt der immer zu spät. Ja, genau. Ja, so wie ich sagte. Ja, ja, das ist so. Genau, das ist so. Wie gesagt, auf solche Leute kannst du dich dann noch nicht verlassen. So, ich glaube, ich glaube so langsam, äh, ich glaube so langsam habe ich mich auch verlaufen und ich werde, glaube ich, aus dieser Höhle auch nicht rauskommen. Ja, gut. Wir gehen einfach mal weiter, bis wir den Ausgang finden. Da können wir, wir müssen noch ein bisschen weiterquasseln, ein bisschen weiterfahnen. Weil dann haben wir ein bisschen davon. Äh, ach, guck mal an. Das war ungewollt. Schau wieder an das Spiel. Im Hintergrund so das Spiel, weißt du, dieser Anzug mit dieser Lebenserhaltungsmaßnahme, weißt du, im Hintergrund so. So. Ähm... Oh. Lebenserhaltung, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist das denn? Da laufen wir jetzt hin. Ach so, für viele Leute, die sich fragen, was bedeuten da die 5 Stunden, das ist Echtzeit. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt zu Fuß straight so lang gehen würde, würden wir 5 Stunden brauchen, bis wir da sind. Das heißt, sagen wir mal 23 Uhr, 24, also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das heißt so um 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, wären wir ungefähr da, wenn ich jetzt straight gerade auslaufen würde. Ich habe ja eigentlich mal als Ziel genommen, dass ich mir wirklich einen Planeten aussuche und versuche den komplett zu umkreisen. Das habe ich mir mal vorgenommen gehabt, aber ich glaube, das ist ein sehr großes Mammutprojekt, weil angeblich sollen die Planeten ja wirklich so groß sein wie die Erde. Und ich glaube, wenn man das schafft, ich glaube dann, oder wenn ich das schaffen sollte, einen Planeten zu umkreisen, dann sitze ich hier immer noch und trat ein Bad. und kommen dann vom Nordpol wahrscheinlich. Wie fängt man eigentlich am besten an? Ich habe gestern das Spiel, ich habe gestern das erste Mal gespielt. Soll man den Planeten zu 100% erforschen oder am besten reisen? Gibt es auch noch ein Lager oder so? Ja, du kannst Lager bauen jetzt auch. Also mit der Base Man kann ja jetzt auch Basen bauen, habe ich ja auch angefangen. Finde ich total geil, weil man jetzt ein bisschen mehr Sinn hat im Spiel, quasi nicht nur dieses stupide rumlaufen und so. Also ich würde am Anfang erstmal vorschlagen, erstmal viel zu reisen, erkunden, so ein bisschen dein Schiff so ein bisschen aufzumöbeln und auch Sachen zu verkaufen, also farmen und verkaufen, damit du ein bisschen an Units kommst. Das kannst du aber auch machen, indem du dir eine Basis baust und dann da in dem Lager anfängst, das ein bisschen zu horten und dann halt die Sachen zu verkaufen, damit du an Units kommst, weil du brauchst Inventarplätze und Inventarplätze werden pro Inventarplatz immer teurer. Ich glaube, am Anfang fängst du, glaube ich, an mit, war das 10.000? Ich glaube 10.000 pro Inventarplatz und dann wird das immer mehr und ich liege jetzt momentan bei, ich glaube, 350.000 pro Inventarplatz für deinen Rucksack und das wäre so mein Vorschlag und natürlich dann auch später gucken, wie ein größeres Schiff, also größere Inventarplätze für Schiff, dass du dir ein größeres Schiff organisierst, weil du brauchst ja auch die ganze Technologie für dein Schiff auch auf Platz und so. Aua, Alter, die Drecksaus. Kann man dann von jedem Planeten dann aufs Lager zugreifen? Nee, das geht nicht. Hattest du vorhin nicht schon die Frage gestellt? Nee, man kann nur, du kannst, das, was du machen kannst, ist, dass du, das, was du gesammelt hast, kannst du aufs Schiff transportieren, egal, wo du gerade rumläufst, natürlich. Du kannst aber auch von jeder Galaxie, wo du bist, über die, in der Galaxie ist ja immer so eine Raumstation und von der Raumstation in irgendeiner, also, keine Ahnung, bis in einer x-beliebigen Galaxie, deine Homebase ist aber, keine Ahnung, Lichtmilliarden Jahre entfernt, gibt es einen Teleporter. Das heißt, du kannst dich von der Raumstation dann zu deiner Basis wieder teleportieren. Das geht. Ne? So. Achso, ja, aber dann war mein Internet weg. Achso. Oh, Startschubdüsen, haben wir noch Treibstoff? Ja, haben wir noch. So. Ich würde sagen, ne? Ab zur Base. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Aber vor allem, macht das Spiel jetzt viel mehr Sinn und viel mehr Spaß auch, dieses Farmen, weil am Anfang war es ja wirklich nur so gewesen, dass... Was ist denn? ein Frachter? Was kann ich denn bei dem... Kann ich bei dem Frachter irgendwas machen? Weil er jetzt so komisch markiert ist? Also, angreifen werde ich ihn definitiv nicht, aber mich würde interessieren, was da jetzt passiert, wenn ich jetzt da hingehe. Danke, muss ich es nochmal beantworten. Kein Problem, gerne. Ne, aber mir macht das jetzt auch noch mehr Spaß. Ich meine, wie gesagt, ich habe das Spiel seit Release, ich finde es immer noch sehr toll, auch anfangs fand ich toll. Klar, die Versprechung, wie gesagt, kann man sich drüber streiten, ne? Aber, ähm, mich halt halt, halt halt, dieses Erkunden halt immer gereizt, das ist sehr geil im Spiel. Und jetzt, dadurch, dass sie noch ein bisschen mehr Sachen noch reinbringen, halt, Basenbau, Fahrzeug soll ja angeblich noch kommen, macht das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr Spaß, weil jetzt hast du auch einen Sinn, da rumzulaufen. Was kann ich hier, uh, hoch. Äh, äh, ähm, wir sind auf einem Frachter. Ich hab, hallo, Notz Gamer, Notz Gamer, hallo, nice to meet you, welcome to my stream, to the let's play live show. My English is not very good and my German is not much better. So. Morgen werde ich wieder zocken können. Sehr schön. Wir sind auf dem Frachter. Ich war noch nie auf dem Frachter. Was kann ich denn hier tun? Und, ich scanne erstmal alles. Ich scanne die Umgebung, Leute. Ah, wie geil. Was kann ich denn, bevor ich jetzt da oben reingehe, ich gucke erstmal. Wie interessant das Spiel geworden ist. Man mag es gar nicht glauben. Also, die geben sich schon echt Mühe hier. Also, ich bin mir nicht sicher, dass man vorher auf dem Frachter konnte. Oder, ja gut, ich muss, ich muss dazu sagen, ich hab's nicht, ich hab's nie ausprobiert, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Warte mal, ist da hinten noch irgendwas? Ah, ne, okay, ist wahrscheinlich nur, das ist ja geil. Boah, wenn man den jetzt kaufen könnte, ne? Ich würde sofort sparen dafür. Ne, wie geil. Warte mal, ich geh nochmal hier gucken eben. Oh, warte mal, kann man die Kisten öffnen? Weil die so grün leuchten? Äh, ne, okay. Ich war so ein bisschen, so ein bisschen im, im, im Warframe-Gedanke, weil da gibt's ja auch so Spinde, die grün leuchten, die man öffnen kann. Ich hab übrigens mal wieder angefangen, Warframe zu spielen. Oh, mir hat mein Auge. Ich trinke nochmal eben einen Schluck, warte mal eben. Was heißt denn bei dir, morgen werde ich wieder zocken können? Durftest du nicht, oder, oder, oder konntest du nicht aus irgendeinem Grund? Weil es klingt so, das klingt so danach, als dürftest du nicht oder so. So, Freunde, was ist denn, ich hab Angst. Ich hab Angst, dass hier gleich irgendwie ein Alien oder so kommt. Und mir hirkt schon wieder die Zwiebel. Okay, ich geh mal. Hallo, guten Abend, Norman Sky Spieler. Google Übersetzer. Was, Google Übersetzer? Wie hätt mich nur so, was, so weit in Deutsch. Okay, okay. Very well, my friend, very well. Was, pastest du den falschen Text? kein Problem, mein Freund, kein Problem. kein Problem, mein Freund. Oh, mein Gott. Ähm. It's the first time for me, I'm here. Hat heute den ganzen Tag Kopfweh. Oh, das ist, das ist, äh, das ist, äh, schlecht. Kopfschmerzen ist, ist nie gut. Nicht gesund. Vor allem auch mal, äh, zocke ich dann auch nicht. Also da hab ich dann auch immer so, hau ich mich dann, auch immer hin. Kommandant. Oh Gott. Hallo? Der ist so niedlich, würde ich jetzt streicheln wollen. so, ich mein, ist niedlich. Okay, hier ist noch eine kleine Lampe, guck mal, die wir auch gebaut haben. Aha. Ja, sowas würde ich gerne bauen wollen, für eine Station oder so, das wäre mal geil. Ähm, ich weiß nicht, was der Kommandant, boah, wie cool, warte mal. Ich will hier gerne rausgucken, ich bin so klein. Hallo? Oh man, ich, ja, schrei mich doch nicht an, ich bin doch nur, boah, wie geil. voll die Sternenflotte, gleich kommt die Darth Vader. Ich bin dein Vater. Nein. Was, kann gar nicht sein. Mein Vater war nicht so klein. So. Ähm. Warte. Warum hat er sich jetzt so komisch am Rücken oder am Hintern gefasst? Ich, äh, boah, der ist ja geil. Was, was hält für einer hier? Guck mal, die Beine. Was ist denn hier los? Ah, okay, das Synchron-Duo, das kennen wir ja. Das Synchron-Tablet-Wisch-Duo. Das ist ja geil. Ich muss, ich bin total fasziniert. So was gibt das, hab ich noch nie. Ach, und hier unten ist die, achso, und hier steht unser Schiff, ne, da hinten irgendwo, ne, da muss unser Schiff irgendwo stehen. Das ist ja cool. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Kommandant hier zu sagen hat. Ähm, ich werde nur schlafen gehen. Bist du morgen wieder unten? Ja, morgen, wie gesagt, morgen geht's so, ich denk mal so gegen 15, 16 Uhr wird's losgehen. Morgen kommt der große Marathon-Stream, weil wir Folge 300 feiern. Also, darf's definitiv einschalten, das wird lustig. Also, 12 Stunden Stream wird's morgen geben, das wird. Käpp, Käpp, wir werden angegriffen. Käpp, Käpp, ganz schnell, wir werden angegriffen. Macht die Kanonen bereit, ein Gleis 3, Feuer frei, bang, bang. Was ist hier los, Alter? Ich bin doch nur hier zu besuchen. Ich hab damit nichts zu tun, ich schwör, Kommandant, Kommandant, wie heißt du, Iram? Ich hab damit nichts zu tun. Ist das das Steuerpult? Darf ich damit fahren? Ich frag den mal, was passiert denn jetzt? Alter, was ist hier los? Hallo, ich bin Käpt'n dieses Frachters. Ich kann dir auf deiner Reise hilflich sein. Natürlich nicht umsonst. Der Käpt'n des Frachters gestikuliert aufgeregt. Er bietet dir seinen Frachter zum Kauf an. Der Besitz eines Frachters gewährt folgende Vorteile. Zugang zu großem Inventar, Zugang zu einer herstellbaren Basis im Frachter. Hallo, Stabber. 7.233.000 willst du mich verarschen? Will ich haben? Will ich haben? Will ich sofort haben? Will ich sofort haben? Will ich 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 haben? Alter, man kann eine eigene Basis darauf bauen. Wie geil ist das denn? Kann ich damit dann auch landen, oder was? Hör auf zu quatscheln, mach mir ein gutes Angebot. Alter, ich muss hier. Käpt'n, Käpt'n, wir werden immer noch reingehen. Käpt'n, Käpt'n, wir müssen jungen nass. Käpt'n. Alter, oh Gott. Ich will diesen Frachter haben, unbedingt. Oh Gott, wie geil, man kann Frachter kaufen. Wie geil. Wie komm' ich denn hier raus? Ah, hier. Ich muss hier, ich muss hier weg, ich muss hier weg, bevor wir abstürzen. Kannst halt Frachter behalten, weißt du warum? Wird grad beschossen, hast wahrscheinlich Löcher drin, muss ich erstmal reparieren. Will ich gar nicht haben, die Kacke. So, ciao. So. Alter. Man kann Frachter kaufen, wie geil ist das denn bitte? Wie geil. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. So. Man muss ja noch um 17 Millionen sparen. Ja. Das war noch 7 Millionen. Oder war das 17? Ich hab's, keine Ahnung. Ich mein, das waren 7. Mach mir noch Mut. Äh, wo ist denn das Schiff? Da hinten. Oh Gott. Ähm. Aber es wird doch wahrscheinlich noch andere Frachter geben. Ja, dann werden wir ein bisschen sparen. Aber was man hier jetzt alles machen kann, ist ja unglaublich. Oh Gott. Ich will gar nicht aufhören zu spielen. Ich will ein bisschen, mein. Feuer frei. Bang, bang. Wie zum Fall. Hä? Ich hab doch. Ja, ich würde gerne R2. Ich drücke, ich halte R2 gedrückt. Ja.